So, kommen wir zur Frage Nummer 3. Wie mache ich es eigentlich mit einem Mundschutz, ja? Mit so einem Mundschutz, wenn ich eigentlich dafür meine Ohren brauche? Keine Sorge, auch dafür hat die ABLA natürlich eine Lösung. Salam alaikum! Ihr habt mir auf Instagram sehr viele Fragen gestellt und heute werde ich mit euch die 4 meistgestellten Fragen besprechen zu dem Thema. Medizinstudium, Kopftuch, OP, Chirurg, OP-Haube, Mundschutz, Sterilität, Kopftuch... Wo ist mein Kopftuch? Scheiße, Urin und Rasieren und Aufschlitzen. Heute ist alles da. Lelelay! Machst du wieder so türkische Dings in meinen Augen rein? Nein. Echt nicht? Los geht's! Can I get this? Frage Nummer 1. Wie mache ich das eigentlich mit meinem Kopftuch im OP? Bevor ich angefangen habe, meine Ausbildung zur Paris-Osternischen Assistentin zu absolvieren, habe ich mich davor informiert, ob man eigentlich sein Kopftuch abmachen muss oder nicht. Bis mir dann klar wurde, im OP muss man sowieso seine Haube tragen. Im OP herrscht Kopftuchpflicht. Damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, was ich meine mit Kopftuch gegen Haube umtauschen, zeige ich euch jetzt, was ich damit meine. Ich habe jetzt hier gerade einen schierigen Kittel an, der mittlerweile unschieriger geworden ist. Ich trage normalerweise kein Unterkopftuch während der OP, weil es mir einfach zu warm dann ist und ich mir einen Ast abschwitze. Die erste Haube ist eigentlich für Menschen gedacht, die kurze Haare haben. Und die bringe ich mir erstmal an meinen Kopf. Die sieht dann ungefähr so aus. Wie ihr sehen könnt, ist ja alles halt leider frei. Deswegen benutze ich die zweite Haube. Die Astronautenhaube hat die Besonderheit, dass sie hinten sehr lang ist. Und wenn ihr zum Beispiel lange Haare habt, dann ist es optimal. Ihr könnt eure Ohren bedecken und euer Hals ist sozusagen hier hinten auch gut bedeckt. Dann macht ihr hier euch einen Knoten. Et voilà! Wenn ihr zwei Hauben noch nicht ausreichend sind und man vielleicht immer noch deine Haare sehen kann, ey, ist mir überhaupt gar nicht schlimm. Du kannst so viele Hauben, wie du möchtest, auf deinen Kopf setzen. Ihr habt Angst vor Niqab. Im OP laufen alle mit Niqab rum. Und ihr dürft nicht vergessen, Kopftuch ist im OP nicht verboten, weil es ein Kopftuch ist, sondern weil es einfach nicht sauber genug ist. Im OP dürft ihr nämlich gar keine privaten Sachen benutzen. Ihr dürft keine Uhr benutzen. Ihr dürft keine Ohrringe benutzen. Ihr dürft nicht einmal Lidschatten benutzen, Spaß. Weil die Sterilität bewahrt werden muss. Ihr müsst den Patienten beschützen. Deswegen Kopftuchpflicht, Kopftuchpflicht. Frage Nummer 2. Okay, jetzt ist es 4 geworden. Wie mache ich es eigentlich mit meinem Kopftuch und meinem Stethoskop im Studio? Mit einem Stethoskop kann man die Lunge abhorchen, ob ihr vielleicht eventuell Raucher seid. Dann hört sich euer Schleim ganz anders an. Ich habe meinen Stethoskop einfach über mein Kopftuch getragen und habe festgestellt, ich höre mich. Aber Leute, keine Panik, ja. Ich habe nämlich die Lösung gefunden, wie ihr euer Stethoskop benutzen könnt, ohne dass euer Kopftuch ein Hindernis ist. Es ist nämlich wichtig, die Art und Weise, wie ihr euer Kopftuch bindet zum einen und zum anderen, aus welchem Material euer Kopftuch besteht. Kommen wir zum Stoff. Polyester, gibt einfach nicht nach. So, ich habe jetzt für euch ganz schnell mein Polyester-Kopftuch umgelegt und jetzt zeige ich euch, wie schwierig es ist, Stethoskop und Polyester gleichzeitig zu benutzen. Also, wie ihr sehen könnt, ist es sehr widerstandsfähig und man kann sein Kopftuch ganz schwer nach hinten schieben. So. Und der Hals, oh Gott, da sticht schon die Nadel in den Hals rein. Jetzt kann der Patient atmen und irgendwie merke ich, ich sollte auch vielleicht atmen. Spaß. Welchen Stoff ich euch besonders ans Herz legen kann, ist Jersey. Jersey ist sehr elastisch. Der Vorteil ein Jersey ist, dass ihr dafür nicht unbedingt eine Nadel benötigt, um es zu befestigen. So, dann könnt ihr es ganz einfach um euren Kopf wickeln. Schau mal, das sieht voll gut aus. Ohne Schwiegel habe ich das gemacht. So, dann müssen wir das nochmal hier in der Ecke so festmachen. Voila. Und wie ihr sehen könnt, ich komme ganz leicht an meine Ohren rein. Einen weiteren Stoff, was ich euch extrem empfehlen kann, ist Baumwolle. Baumwolle ist auch ein sehr gutes Material und es ist auf jeden Fall elastischer als Polyester. Wir fangen jetzt mit der Bindetechnik an. Das ist nämlich ganz wichtig. Es gibt nämlich ziemlich viele Art und Weise, wie man sein Kopftuch bindet, aber ich habe für mich die einfachste Lösung gefunden, indem ich mein Kopftuch zum Male mit einem Turban binde und darüber einfach ein anderes Kopftuch benutze. Ich habe jetzt mich erstmal für euch ausgezogen. Ich bin nackt. Jetzt zeige ich euch, wie man ein Hijab nach Güljam macht. Oder auch Güljabista. Ich trage erstmal einen Ninja Scarf oder einfach nur Unterkopf, so whatever. So, dann habe ich das hier sozusagen auf zwei Drittel. Das ist die kurze Seite. Hier ist die lange Seite. Ich bin Linkshänder. Linkshänder binden das Kopftuch genau andersrum. So, ihr legt euer Kopftuch erstmal schräg an. Und ich brauche jetzt einen Spiegel, weil ich sonst das nicht machen kann. Güljabi hat sie auch cool an. Zunächst einmal legt ihr euer Kopftuch schräg an euer Kopf an, so. Weil wenn Yunus mal vielleicht das richtig machen würde. Okay, wenn ich das hier angepinnt habe, dann klappe ich das vorsichtig so übereinander und lege das um meinen Hals herum. Hier darauf achten, dass es nicht zu eng ist. Und ihr macht folgendes. Ihr schiebt einfach alles rüber. Und hier das gleiche Falten reinmachen, so wie es euch gerade passt. So, und danach kann man das hier so rüberfalten. Und dann habt ihr das lange Ende. Und das wickelt ihr sozusagen einmal um euer Kopf herum. Nadel und pinnt sie hier ran. Voila! Und fertig ist der Güljabi. Und wenn ich jetzt mein Schildeskop benutzen möchte, dann schiebe ich einfach mein Kopftuch nach hinten. Kann das ganz einfach in mein Ohr reinsteckeli. Und dann kann er plötzlich anfangen zu atmen. Ich meine, ich höre alles, Bruder. Ja, ich weiß, man sieht manchmal vielleicht hier ab und zu ein paar Härchen. Aber ganz ehrlich, Leute, wir wollen hier versuchen, Menschenleben zu retten. Okay, also, schütt mal euer Leben. Wollen wir jetzt hier pausen? So, kommen wir zur Frage Nummer 3. Wie mache ich es eigentlich mit einem Mundschutz? Ja, mit so einem Mundschutz, wenn ich eigentlich dafür meine Ohren brauche? Keine Sorge, auch dafür hat die Abla natürlich eine Lösung. Ihr steckt eure Hände hier in diese Schlaufen rein, setzt das an eurem Gesicht. Und hinten habt ihr üblicherweise immer einen Dutt. Und dann könnt ihr sozusagen das über euren Dutt ranmachen. Und dann könnt ihr jetzt über eure Nase ziehen. Das befasst sich. Warum lacht ihr? Jetzt zieht ihr das so runter. Ihr ditscht das an eure Nase. Eine weitere Möglichkeit, falls ihr gar keinen Dutt habt oder ganz kurze Haare habt oder euer Dutt einfach zu groß ist, ihr besorgt euch einfach eine Schere und schneidet sozusagen die unteren Enden von eurem Mundschutz ab. So, wenn wir die unteren Enden abgeschnitten haben, dann kann man auch den Mundschutz so anbringen. Und zwar einfach hier einen Knoten machen und hier runterziehen. Aber am einfachsten macht ihr es euch, wenn ihr Ausschau nach diesem Mundschutz haltet. Da müsst ihr nämlich keine Schlaufe abschneiden. Da könnt ihr ganz normal euer Mundschutz parallel an euren Mund anbringen. Voila, Problem gelöst! Nikabi-Hijabi! Kommen wir zur Frage Nummer 4. Ich wurde auch häufig gefragt, ob ich eigentlich Probleme damit habe, wenn ich Menschen nackt sehe. Du willst Medizin studieren oder du möchtest operationstechnische Assistentin werden? Dann sollten ihr bestimmte Sachen klar werden. Zum einen musst du dafür bereit sein, auch mal Menschen zu sehen, die nackt sind. Oder Männer. Oder Männer, die nackt sind. Menschen sehen werdet, die eventuell auf euch scheißen werden. Also wortwörtlich Kacker im Gesicht. Irgendwann müsst ihr auf einen Katheter legen. Wisst ihr, was das ist? Informiert euch mal. Was ist ein Katheter? Wie lege ich einen Katheter bei einem Mann? Du musst sie untersuchen. Du musst sie reinigen. Du musst sie pflegen. Du musst sie rasieren. Du musst sie aufschlitzen. Nehmen wir an, du arbeitest auf einer Station. Danach kommt irgendein Notfall. Und Herr Müller muss sofort in den OP. Aber er muss davon noch rasiert werden. Und die Oberschwester sagt, komm Göttern, du musst Herr Müller noch rasieren. Oh mein Gott, niemals. Das ist widerlich. Nein, du musst es machen. Weil das ist dein Job. Diese Sachen werden dir jeden Tag begegnen. Also wenn ihr mich fragt, ist das Kopf das geringste Problem bei diesem Job. Ich kann es völlig nachvollziehen, dass du es vielleicht eklig findest, wenn du Menschen rasieren musst. Oder sie waschen muss. Und schrubben muss. Oder dass du sie nicht einmal anfassen möchtest, weil das einfach viel zu viel für dich ist. Dann solltest du auf jeden Fall bewusst machen, dass du vielleicht doch was anderes werden solltest. Bundeskanzlerin werden. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie einfach mal in die Kommentare. Hier kommt ihr zum Hintergrund bei einem Live-Fake-Video. Da unten geht's zur Funkwelt. Und wenn wir euer Herz noch nicht bekommen haben, könnt ihr uns das jetzt hier hinterlassen. Ansonsten kommt die Modi und holt sich das. Okay? Abonniert uns. Ist es also ein Problem? Was ist los? Musst du quatzen? Wow, Digga. Respekt. Ich hab den übertrieben gut gehört. Und drauf. Nice aufgenommen auf jeden. King. Das kommt dann in die Outtakes. Wenn du das machst, dann bringe ich das. Und ich schlitze dich zuerst auf. Warum? Warum? Warum?